Ich weiß nicht, ob das wieder der Zeit besser wird, sogar hier, ne? Tut away und dann wird das selbstständig durch ein bisschen was ist da? Ok... Achso, passive Beobachtung. Ist das hier passive Beobachtung? Haben wir noch gleich erforscht, oder? Die Einheimischen werden offensiv studiert und wir nehmen häufig Proben in Form lebende Exemplare. Jaja, das lassen wir. Das muss noch nicht sein. Wir nehmen keine lebende Exemplare. Achso, hat auch schon die Terraforming-Geschätzung gebaut. Terraforming... Wüstenwelt... Zack... Zack... Oh ne, die gehen nicht erst mit der Zeit automatisch, wo sie sich hören. Ah, hier. Da man nur ein Felsen gewählt mit Stickstoff-Sausch. Ist der Herr, der Stellzeit im Jahr Winter. Und der Atmosse ist mit dichtem Schichten... ...versetzt. Der Schmutz-Stärke-Ober. Ja. So, erstmal hier. Sehr schön, jetzt haben wir das nämlich fertig. Oh Gott, was ist das denn? Navigatoren-Gilde. Ermöglicht Abbau von... Ok... Wenn ihr seht, dann ist Aerosol das exonische Vertiegel. Nehmen wir mal mit. Und wir hatten... Oh Gott. Seht euch das an. Was ist das da in deinem Gesicht? Eine Art von Magen? Moment mal. Ist das überhaupt dein Gesicht? Wie kann es euch entgehen, dass ihr voll ein Affront gegen die Natur seid? Was? Guckt euch doch mal an, ey. Wo seid ihr überhaupt hier? Endshaft? Hier? Hier, kleines Bündchen? Das scheiß Bündchen hier? Die? Habe ich die Nachricht noch offen? Ne? Die sind das? Die wollen... Die sind jetzt gerade neu, oder? Das sind doch irgendwie... ...ne primitive, die sich doch jetzt erst gebildet hat, oder? Minus 1390. Alter Verwalter! Wie sieht das denn bei denen aus? Die mögen wir doch noch... Oh, Minus 1790. Was? Wieso das denn auf einmal? Leute, 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 Leute. Wie sieht es hier aus? Minus 20 noch. Wieso kann ich denn nur so wenig Botschaften etablieren? Ich will viel mehr. Ich will hier... ...botschaft... ...zurück erobern. Bestätigen... ...ähm... Wo ist deren Hauptstadt? Hauptplanet da... ...Botschaft etablieren. Bestätigen... Schade, ich würde gerne noch mal eine Botschaft mehr irgendwo etablieren können. So, Terraforming ist hier fertig. Echt? Hm? Der Terraforming-Prozess, auf den wir halten, ist unterbrochen worden. Die sind unterbrochen worden. Bei Wiss. Ja, vor allem ist er unterbrochen. Dann klicken wir sie auf. Okay. Gut. Verstehe ich zwar nicht, aber ja. Machen wir das ist nur Plus. Ja, wird er jetzt das Ding hier bauen? Haben die das einfach abgerissen? Verstehe ich nicht. Ähm... Verstehe ich gerade nicht. Da wird das gebaut. Die haben... Achso, die bauen das auch gerade erst. Ja. Äh... Sorry. Das war verkehrt. Da wird wahrscheinlich gleich erst gebaut, denke ich mal. Da müssen wir gleich mal hinspringen. Hier müssen wir hinspringen. Ne. Ach. Äh... Wie toll ist das denn bitte? Oh was? So. Ähm... Wo ist die denn hier? Die bauen selbstständig keinen Raum haben. Okay. Ist ja nicht so wild. Ist okay. Mensch. Ja. Wui. Wenn ihr meint, ihr müsst das halt so machen. Dann... Ähm... Macht ihr das also. Ne? Achso. Siehste. Hier. Mit denen überhaupt. Untertan integrieren. Wir werden... Wir werden... Untertan integrieren. Wir werden... Integration von Versions mit Instagram-Cellar kosten. Und zwar 3.000 pro Monat. Bestätigen. Nun gut. Just Foundation akzeptiert die Integration als Formation. Wotan sieht man den Fortschritt? Und... Integration abbrechen. Das läuft jetzt und... Wird eine Grillinkarnation. 993 Monate verbleiben. Okay. Da stand das gerade. Also das hier. Terraforming. Ozeanwelt. So eine Ozeanwelt. Okay. Und jetzt ist es immer noch so doof. Dann nehmen wir eine kontinentale Welt. nochmal dazu. So. Und hier haben wir... Raumhafen. Achso. Dass wir es fertig gebaut haben. Okay. Poppele. Und hier bin ich der Meinung, sind wir noch am Terraforming. Das dauert dann auch noch ein bissl. Da weiß ich gar nicht. Ich hab mir da auch eine Terraforming-Station gebaut gehabt. Ne, noch nicht. Weil wir jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Energie sparen müssen eigentlich. Hier sind gar keine Planeten. Außer da. Ist sehr interessant. Hier sind wieder ganz viele dann. Die haben ja auch... Das ist doch manchmal ein bisschen... Sehr, sehr nervig hier. Ist das ja noch aktuell? Das habe ich hier gesagt. Ja. Raumhafen. Ach, der Weg hat gebaut. Okay. Mhh. Weg. Einer verwandelte Bungie in eine Protektorat. Okay. Soll ich einmal machen. Ich weiß nicht wer das war. Keine Ahnung. Ist mir gerade auch... Relativ egal. Mal. Wir haben noch einen sehr guten Unterhalt eigentlich gerade. Wir müssen... Das wäre doch gleich mal gucken, ob wir eine Sekte überhaupt ein bisschen an... ... So. Minus 24. Obwohl wir da jetzt Dings drauf haben. Plus 93. Wir sind sogar ein bisschen hoch gegangen. Okay. Da weiß ich das nicht so genau. Hier sind wir gerade dabei die einzunehmen. So habe ich das jetzt gesehen. Wir sind auch in keinem Krieg gerade. Wenn man jetzt hier rauf... Ne, wo war das denn? Da, ne? 927 Morde noch. Boah. Alter Schwede. Okay. Ähm. Ja, irgendwie haben die hier auch gar nicht so viele Punkte eingenommen, ne? Das war deren Reich nur weil die... Was auch immer. Was auch immer das war. Die kleinen Putzigen hier sind immer noch sehr lustig auf jeden Fall. ... Construction complete. Achso. Da habe ich einfach nur das fertig gebaut. Okay. Ist auch vollkommen in Ordnung. Da haben wir auch noch eine gelbe Welt. Ach, wir sind ja hier unten auf der Ecke. Das hat mich gerade verwirrt. Wir sind gerade in der Mitte oder weiter oben. Aber das Grüne sind ja nicht wir. Ist auch eine riesen Föderation hier, ne? So eine riesen... Nicht Föderation, sondern einen riesen... ...staat. Oder eine riesen... ...klasse. Überlegen. Und die sind ja alleine auch schon hier, wo die Geld so groß sind. Überwältigend. Und das ist echt schon... Bei mir ein bisschen... Ja. Also, äh... Abgelaufen. Okay. Dann können wir eigentlich gucken... Von Goon sind das... Die waren das nicht. Die sind das, glaube ich, ne? Die Von Goon. Handelsabkommen. Minus 1000. Okay. Nicht Angriffspakt. Und... Unser Angebot plus 8. Nicht Angriffspakt plus 8. Hier Angebot 0. Damit Sie unter Handelsabkommen akzeptieren, muss Ihr Handelspartner mindestens 1 beantragen. Aha. Okay. Sternkarten. Wenn wir nur Sternkarten nehmen... ...und von den Sternkarten fordern... ...wird das auch noch. Okay. Die Abkommendauer in 9 Jahre... ...dötigen. Oh. Weiß ja nicht, ob das jetzt hier viel gebracht hat. Niedrig. Ähm. Wenn wir das jetzt hier wirklich angenommen kriegen... ...und das wirklich zu uns einfach... ...dazukommt... ...dazukommt... ...dann wäre das super mega genial. Ja. Das wäre richtig gut... ...und auch wahrscheinlich viel Arbeit dann. Alleine für den neuen Sektormeister, der hier reinkommt. Definitiv. Oder... ...ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird das auch alles ein bisschen umstrukturiert dann. Hehehehe. Hehehehe. Aber ne. Das ist eigentlich... Dann müssen wir eigentlich noch mal hier die Schlucken. Das ist ja sowieso eigentlich so mein Lieblingsziel... ...wirklich jetzt... ...ja gut. Hier durchzukommen wird vielleicht ein bisschen schwieriger dann. Wäre aber vielleicht auch machbar. Oder halt eben. Obwohl wir müssen ja gar nicht. Wir haben ja hier längst hoch. Ja. Ist dann halt... ...so. Wäre schön, wenn wir hier noch einen nehmen könnten. Da habe ich ja nicht vor. Es gibt ja diesen... ...einen Punkt hier. Ah. Hier ist sie da. Erstmal dicht machen hier. Hier. Ja gut. Erstmal müssen wir Researching komplett machen. Geteiltes Light. Oh. Was ist das denn hier? Das sind tische Gedenkmuster. Gedenkmuster. Das ist episch. Rein damit. Ähm. Haben wir noch... Haben wir Späher? Das wird dann nicht so. Jetzt muss ich erstmal hier... Die haben eigentlich fast gar nichts mehr, dass ich da mal ein bisschen reinballer. Pop 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 pop. Wir haben ja so viel hier auf der einen Seite. Hier haben wir wieder 300. Schieß mich total leicht. Hm. Ähm. Hier muss ich erstmal kurz noch reinhauen. Solarfeldnetzwerk. Ähm. Ich werde es aber auch jetzt dicht haben. Nein. Das war doch wieder. Mensch. Und so Mädels hier. So da ist jetzt auch überall gebaut. Das ist schon mal super. Ich glaube hier dann auch. Ne. Hier haben wir gerade ausbauen lassen. Sehr schön. Okay. Minus 9. Minus 1. Gut. Na gut. Ihr müsst das wissen. Ihr macht das schon irgendwie alles. Irgendwie. Hm. Hier müssen wir damit klarkommen. Die haben sogar plus 24.900. Wie auch immer die das machen. Ähm. So. Dann haben wir so da. Jetzt haben wir sogar schon 9. Ich weiß gar nicht wie wir das jetzt erhöht haben. So die Forschung war nicht. So die Forschung war nicht. Ich weiß gar nicht wie wir das jetzt erhöht haben. Stimmt. Die geben uns ja zurzeit auch 75% ab. Aber es läuft ja. Die haben schon wieder irgendwas gebaut. Ne. Was. Keine Ahnung. Ähm. Dann wollen wir später hier gucken. Hier gibt es nämlich irgendwo. Dieser konzentriert sich auf den Bau von Verteidigungsstationen und die Generierung der Mineralen. In der Gefühle zieht zu deren Bau und halt benötigt werden. Das ist nämlich super dann ne. Das andere ist also Forschung. Werden wir auch noch den Forschungssektor auf. Denn warum auch nicht. Wäre ja nicht verkehrt. Aber das hätte ich so vor sein als Gürtel. So als kleine Gürtel. Und man sagt hier. Da ist halt eben. Da sollen die Verteidigung umsetzen. Und mal gucken wie sie das machen. Wie das umgesetzt wird. Wäre schon ganz interessant zu sehen. Ähm. Spiel speichern. Ja. Mach das mal. Jetzt müssen auch irgendwo mal terrainerformen fertig werden. Das wäre das schönste natürlich. Warte mal wo ist eigentlich unser eigenes? Da. Hier können wir ja nochmal Energie abbauen, Bergbau, was soll denn denn hier auch, guck mal hier sind wir auch nochmal, da, Bergbau, da, Bergbau, jetzt hat er recht, ja ok gut. Dann hat man dadurch dann ja wieder ein bisschen mehr Energiecredits, jedenfalls die, also soll das wohl hinhauen, Basis von Bewohnern von Weltraumhäfen etc. pp.